Hallo, ganz fit! Heute machen wir die Gussetbox 4.Botsdag 2019 auf. Und viel Spaß dabei! Heute ist Mittwoch. Heute bei Zauberst Jetzt haben wir jetzt mal hier, was in der Fehlabend und Februar das Thema ist. Die Gussetbox kostet monatlich 15 Euro. Und ja, der Waren wird zwar höher, somit finanziert sich sozusagen doch die monatlichen Kosten. Jetzt haben wir hier einmal, wer ist echter? Ich glaube, wir haben ein bisschen lecker. Kleine Brotaufstiefe, oh Marshmallows. Herfier, Flaff. Kleine Verbottscheine. Kleine Golden Oreos. Oberio. Dann, oh, lecker Yoghurt. Fein Vanillern jetzt, ja. Lecker, lecker. Und hier haben wir ein Flügelchen mit Paltweck, oder was sind Biosflügel. Biosflügel. Einen wunderlosen Kürbel. Ohne Wettungssuppe. Einen Biosflügel. Dann, ein Beratengel, Einen Biosflügel. Dann ein Biosflügel. Dann haben wir einmal, Ohmins, Öffelspuhl, Saft. Dann sind wir in der nächsten Welt, in Kranchi, Bohnen-Berries, in Kanedien, Haftlocken mit Bärchenbrennen und halt mit Kanarischemisierungen. Dann Schokolade, Schokolade mit Hafer-Coopies. Dann können wir in der Tafel beschreiben. Dann einfach einmal Frau Klaus-Tafel. Noch einmal Frau Klaus-Tafelatung frei. Nach der Linie. Und eine Tee wie Tränkezauber. Oh ja, da war's was an denen. Dann werden wir noch hier und Omee ist abgespult. Das ist gut, nicht? Das ist gut, nicht? Das ist gut, nicht? Vielen Dank. Das ist wirklich schön, wenn ich es anscheinend bin. Komm her! Kein Mann, ja, ich vergete mich. Es hat die Karte gedaubert. Keine Others sind schon ein Karte, ein Karte. Die sind jetzt schon ein Karte, um alles zu machen. Das finde ich auf wirklich potenziellen Karte. Das war's für heute. Ich kann das nicht mehr machen, aber ich kann das nicht mehr machen. Ich kann die nicht mehr machen. Kommt mal. Okay, zu mir. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.